Hi, ich bin Ryan. Ich bin 11 Jahre alt und bin stolz, ein Cartoon Network Klimachampion zu sein. Ich habe eine Recyclingfirma und veranstalte Aufgabenaktionen am Strand. Ich komme gerade von einer Aufgabenaktion am Dohine Beach in Kalifornien. Wir haben fünf Eimer Müll gesammelt. Recycling ist sehr wichtig, denn Umweltverschmutzung zerstört Lebensgaben im Ozean. Recycling macht Spaß und ich weiß, dass es der Umwelt sehr hilft. Ich will, dass der Great Garbage Patch schrumpft und nicht größer wird. Am besten soll er verschwinden. Er liegt zwischen Kalifornien und Hawaii, ist dreimal so groß wie Texas und besteht aus Plastikmüll. Als ich zweieinhalb war, hat mein Papa mich das erste Mal zu einem Recyclinghof mitgenommen. Seitdem will ich immer weiter recyceln. Ich recycle alles, was ich kann und hole auch von anderen Leuten Sachen ab. So landet das alles nicht auf der Müllhalde. Außerdem spende ich das Geld aus meinem T-Shirt und Mützenverkäufen an das Pacific Marine Mammal Center in Laguna Beach. Dort retten sie Robben und Seelöwen. Versuch einfach, so viel du kannst zu recyceln und so wenig Plastik wie möglich zu verwenden. So hilfst du den Planeten. Werde auch du noch heute ein Katsu Network Klimachampion und verändere die Welt. at. So hilfst du dir.